So zurück, wow, ein Zombie. So zurück zu Namalsk. Ich bin gleich, relativ gleich bei Fuzzi und da hinten ist ein Spieler auf dem anderen Turm. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Der ist weg. Verdammt, ich seh den nicht mehr. Auf dem anderen Turm. Ich muss hier runter. Ich muss hier runter. Ich muss hier runter. Panik, Panik, Panik. Panik, Panik. Immer noch Panik. Bleib mal locker, Junge. Panik, Panik, Panik. Wuh, wuh, wuh. Panik, Panik. Aha, lass mich durch. Scheiße, Misty. Da oben ist er. Der andere Spieler. Ah, der darf mich nicht sehen, wie die Zombies mich hinterherren. Er darf es nicht sehen, er darf es nicht sehen, er darf es einfach nicht sehen, er darf es nicht sehen, er darf es nicht sehen. Denn das wäre ziemlich auffällig. Ich versuche jetzt einfach durchzugehen, den Typen zu holen, so. Ich brauche nämlich die Munition. Ah, was? Ich bin nicht hüppelig. So, warte mal, hier? Hier versuche ich jetzt richtig, äh, specialmäßig abzugehen. Nicht meine Munition, leider. Hier nicht, meine Munition, leider. Da ist er, da läuft er gerade runter. Ey, mach mal dein Handy bitte weg. Nö, hab ich doch gar nicht hier. Hab ich doch gar nicht hier. Jetzt wird er angefallen von den Zombies. Ist das mies, ich logg die hoch und er wird angefallen von den Viechern. Mann, ich brauche AKM. Wo ist er, wo ist er, wo ist denn der jetzt? Da rennt er, da rennt er, da rennt er. Ja, da ist gerade einer draufgegangen. Ne, der lebt noch. Okay. Aber der lockt mir schön die Zombies weg, dann lasse ich ihn da mal einfach rennen. Scheiß drauf. Ist mir jetzt auch die Munition gerade zu schade für. Ach, der hat den, der hat den umgeexelt. Ah, so läuft der Schuh draus. Das Military Ding hätte ich gerne noch mitgenommen, aber... Wir brauchen deine Hilfe hier bei dem Heli. Ja, ja, eben, eben. Deswegen komme ich lieber in deine Richtung. Den Spieler lasse ich einfach mal Spieler sein. Oh, da muss von der Seite reingekommen sein. Gut. Äh, dann sehen wir uns nach diesem kleinen kurzen Cut wieder. Bis gleich. Hoffentlich mit dem Heli. Ja. Und vor allem, äh, lebend. Ja. Ja. So, wieder zurück. Äh, ich hab den scheiß Zombie erstmal hier die ganze Zeit an meinem Arsch. Und seit dieser scheiß Military Base rand der mir hinterher. Das ist natürlich nervig. Und ich bin gleich bei der Chemical Factory. Da werde ich gleich mal gucken, ob ich ein bisschen Benzin und Metallschrott finde. Und dann, äh, ja, zwei Schritte vor und eben zurück. Dann kommt ja dann sofort der Airfield. Und da liegt Fuzzi rum, ne? Da liegst du noch rum. Ich lieg hier rum. Und schön rum. Ich hoffe mal, dass ich das überlebe. Ich hab hier bloß eine AK mit 30 Schuss. Das ist natürlich nicht so pralle. Ah, lass dich nicht von Zombies, äh, weiß schon. Naja. In dem Po, ähm, weiß schon. Zombierisieren. Zombierisieren, genau. Okay, dann lass ich mich wieder von irgendeinem Gegner holen. Ja, das ist gar nicht so leicht. Ach doch, machst du so wie ich. Weil, weil das hier unten wirklich auch die Ecke ist, wo die ständig auch spawnen, die Leute. Hm. Ist ja mal ein bisschen blöd. Da ist der Airfield übrigens da oben. Genau. Wir gehen erstmal hier rein. Da neben der Hütte lieg ich rum. Und ja. Gehen wir erstmal hier rein und gucken mal, ob keiner guckt. Bist du schon drinnen, oder was? Ich bin in dieser Chemical Factory grad drinnen. Hier sind übrigens die geilen Milka, ähm, da steht sogar Milka drauf. Da sitzt wieder ein Spieler mit einer Pistole in der Hand und, äh, der nix macht. Okay. Alter, jetzt hab ich grad schon wieder einen Anfall gekriegt. Das ist nicht gut, wenn du ruhig wirst. Ja, ja. Mann, Zombies fress doch den auf. Weißt du, da wollen es unbedingt bewegliches Fleisch statt das schöne Gammdige da hinten, was da schon ewig rumsteht. Da sind mir ein paar Bob-Zombies, ey. So, komm Benzin, außer wenn ich erstmal hier ein bisschen wegkomme. Ne Toolbox. Pack dir die ein. Ihr nehmt kein Blatt, ihr packt dich ein. Ich hab hier ein bisschen Zombie am, oder? Verschwinde. Motor brauchen wir nicht mehr. Nee. Ah, Mann, komm Benzin. Komm schon, komm schon. Benzin und Metallteile. Wenn du das hast, Junge, dann leg ich dir zu Füßen. Ja. Ist alles ein bisschen tricky. Alter. Was ist denn das hier alles? Das ist alles leere Dosen, ja. Hm, 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 hm. Was ist da ein Zombie-Hop da drinnen? Das bringt mir alles nix. Nein, nein, ein Zombie kommt da raus. Huch, muss ich hier lang? Ich kann da schon mal reingucken. Oh, ich hab, äh, hast du schon roter Blätter neue? Für ein Heli. Nee, machen wir mal. Dann muss ich das mit einem Main-Broaddoor-Assembly. Ah, ich brauch ja Platz im... Ja, zur Not musst du hochgelaufen kommen und dann musst du es mir geben und dann muss ich es einbauen und du gehst wieder runter in der Zeit. Ja, warte mal, ich packe das erstmal in den Rucksack. Ja. Oh, ist das jetzt weg, weil ich im Rucksack nicht genug Platz hatte? Ich hab ja so'n Kleen, das vergesse ich ständig. Weiß nicht. Wahrscheinlich dann. Scheiße, ja. Oh, fuck, Alter, dieser scheiß Kack. Naja, aber, ähm, noch so'n roter Blätter dran, ja. Naja. Gut, egal. War jetzt zum Glück jetzt nicht das Wichtigste, also nicht das, was wir jetzt übelst brauchen. Oh, jetzt ist schon richtig. Hätte ich mich jetzt geärgert. Was liegt hier drin rum? Ist das Crap-Metall da? Hm. Ja, Crap-Metall hab ich schon mal. Ja, das brauchen wir. Gut. Komm, ich erst mal diese scheiß Zombies. Jetzt dreht der eh nur um. So, dann lernt Kanister. Sprit finden wir auch hier. Nein, ich hängel. Mann, ihr scheiß Viecher. Lauft doch mal raus jetzt oder rein oder entscheidet euch. Aber läuft die ständig kreise hier an der Tür. Idioten. So. Ach, ich lass nochmal so'n roter Ding ins. Crap-Metall braucht bloß drei Plätze. Das heißt, ich kann das diesmal hier reinhauen. Jo, da hab ich sogar Platz. Und dann nehmen wir diesen Tag. Main-Rotor-Dings. Bums. So. Alter, ich kann mir übelst mit, übelst der Schrotthändler. Kann ich mich an Erfied stellen und übelst den Markt aufmachen? Kaufen sie mir ab alles. So, ich komm jetzt erst mal. Benzin hab ich leider jetzt nicht gefunden. Jetzt kommt hier so'n... So'n dämlicher Zombie, ich dreh' durch. Kommen ja alle zu mir zum Baum gekrochen. Okay. Ich hab hier schon drei beim Baum rumliegen. Das sieht bald aus hier wie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hm. Wie, der Baum frisst Zombies? Warum das? So, jetzt wird's langsam tricky. Also, ich bin jetzt kurz vorm Airfield. Wo soll ich denn genau hinkommen? Oder kommst du ein bisschen zurück? Ich muss ja nicht reinkommen. Zum Airfield. Kann auch ein bisschen zurückkommen. Ich bin jetzt direkt zwischen dieser Factory und dem Airfield. Boden da in etwa. Ich laufe hier direkt vor dem Haus rum. Vor dem braunen... Da ist wiegt doch ein Sandweg. Brennst du da? Bist du das grad gewesen? Da hast du gehockt? Ja. Dann lauf mal... Hier ist der Sandweg. Ja, ja, weiter, 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 weiter. Hier bin ich. Ach da, man ist da. Warte mit. Und da ist ein Zombie. Da kommt ein Zombie. Der kommt auf uns zu. Das ist der Hammer. Manche sehen uns, wirst du, erst wenn sie vor uns stehen. Und manche, die rennen uns direkt. Du hast ein Zombie im Nacken. Ja, ja. Ja, wir müssen erst mal hier weg, glaube ich. Ich hab ne Axt. Warte, warte, komm doch mal zu mir an. Lass mich doch mal an... Du hast keinen Bock auf die Scheißspieler. Ich muss dir das Zeug ja nicht gehen. Wir gehen dann, glaube ich, lieber zusammen hin und bauen gleichzeitig dran, damit es schneller geht, oder? Oder wir gehen jetzt zusammen einfach nochmal rein in die Factory. Ich war ja grad drin, da war ja nischt. Müssten wir da doch mal woanders hingehen, aber das war... Ach so, das Zeug einbauen ist ja auch... Naja, wir brauchen schon... Ah, jetzt blute ich halt. Passt du Bandagen? Ja, ich hab mir viermal eingepackt. Scheiße, ey. Wir brauchen echt, ähm... Dingens, Benzin. Wir können doch mal gucken, aber eigentlich, ich hab jetzt... Pack mir erst mal die Metallteile im Rucksack. Hast du da noch Platz drin, ja? Ähm, im Rucksack ist... Platz, ja. Warte, ich packe das mal kurz hier rüber. Geht das auch rüber? Drei Plätze, hast du gesagt? Naja, ich hab sieben frei. Gut. Ja, Scrap-Metal ist jetzt drin, ja? Ich muss mal gucken, wie viel nimmt denn der jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs Plätze nimmt der mir weg. Was denn? Diese Rotorblätter. Mhm. Ähm, soll ich nochmal Platz machen mit dem Rucksack? Willst du die da auch noch reinpacken? Ah, nee, ich... Kannst du mir doch direkt geben? Nein, warte mal, ich packe das grad. Warte mal, ich packe das gerade. Warte mal, jetzt hab ich's im Rucksack drin. Warte mal, ich nehm's mir direkt raus. Ja, aber beachte, wenn du nicht genug Platz hast, ist es weg, ne? Ich hab sie... Ich hab ja... Sechs Plätze brauchst du, ne? Ja, sechs. Die hab ich im normalen Inventar. Ja, weil du brauchst dann aber den Inventarplatz für... Für Benzinkanister aufheben. Deswegen... Ja, ich will ja jetzt gleich das Ding einbauen. Dann geh ich nochmal zur Factory. Ja. Guck ich mal, ob ich da doch noch... Vielleicht hab ich was übersehen, aber... Hier gibt's doch nix anderes in der Nähe, ne? Das wollen wir mal gucken. Oder wir müssen dann halt woanders hin. Du, ich muss hierbleiben. Wo könnte man noch hingehen? Sepcan ist weiter unten, wo ich herkomm. Bäh, Zombie. Ja, wirst du nicht. Ich kann ja mal in die Hütte hier reingucken, ob da bisher was drin ist. Wißt du was, ich geh ganz kurz runter zu diesem... Sep... Obwohl, das ist ein ganz schöner... Ich geh es doch nicht. Es sind übelst viele Zombies. Es gibt ne Tierisch auf den Sack. Okay. Was mach ich denn jetzt? Hm. Geh ich nach... Insofern sterben. Geh ich zu Sepcan. Sepcan, Sepcan. Boah, hier sind so viele Zombies, die fehlen... Ja, ich hatte ganz kurz an der Stelle. Ich geh mal ganz kurz runter zu Sepcan. Dann melde ich mich gleich wieder. Äh, bis gleich. So, ich bin wieder zurück. Und das kurz vor Sepcan. Fuzzi hat schon gemeint, der Heli ist an sich richtig geil fit. Leider fehlt wirklich nur noch das scheiß Benzin. Also wir müssen bloß noch Benzin finden. Dann können wir irgendwo abstürzen gehen dann. Das ist natürlich geil. Freut mich. Wollen wir dann mal schauen, wo wir hinfliegen. Am besten ins Niemandsland irgendwo erstmal hin. Erstmal irgendwo hin, wo wir dann vielleicht nochmal Sprit und so alles den ganzen anderen müssen organisieren können. Genau. Das müssten wir echt machen. Bei VQ da oben zum Beispiel. Oben an der Küste landen einfach schnell. Und dann... Boah, da ist so viel Industrie-Loot. Alter Schweder. Im Norden. Boah. Hm. Da wären wir auch nochmal reich. So, ich hoffe, ich finde jetzt hier Benzin. Wenigstens erstmal ein Kanister und... Äh, ein Kanister, das ist übrigens fast gar nichts, Alter. Bei so'n Heli. Echt? Der Hammer, ja. Versuch zwei zu finden. Wir haben letztens... Wo wir Mörky gespielt haben, wir auf Taviana, haben wir... Ich weiß gar nicht... Drei oder vier Kanister reingekippt und da hat sich kaum was getan. Das ist... Der Wahnsinn. Super. Okay. Zombies ohne Ende. Schon mal. Noch mehr Zombies ohne Ende. Super. Und durch den Heli wird's nicht besser. Ne. Scheiße, hier ist Kinds. Ich weiß ja natürlich jetzt nicht genau, wie viel Industrie hier ist. Alter, alter, alter. Boah, hast du mich jetzt erschrocken? Musst du so alter, alter, alter sagen? Jetzt hab ich gerade ein wenig, ähm, Angst bekommen. Okay. Ein Tröpfchen ging natürlich auch in die Hose. Natürlich. Gehört dazu. Muss so sein. Ist halt einfach so. Muss so sein. Mhm. Da fühlt mir leid da nach oben. Ob die mir was bringt, weiß ich so jetzt nicht. Mhm. Boah, hier ist... Hier ist zum Auftanken, ja. Hier kann ich auftanken. Da fängt mir leider der Kanister dazu. Ich sage dir, suche jetzt ein Kanister. Wenn du keinem findest, brauchst du gar nicht erst herkommen von der Blase. Scheiße, ich geh mal hier hoch. La, 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 la. Mhm, mhm, mhm. Pack einen. Ja, da muss ich rüber zum anderen Dach mich hangeln. Und ich bin leider nicht Spider-Man hier gerade. So, so doof wie es klingt, aber ich bin es nicht. Scheiße, hoffentlich drehen die Viecher hier nochmal um. Ach nee, für die habe ich ja gar keine Munition. Mhm, mhm, mhm. So. Dann willst du schon wieder Munition ein? Ja, ich wollte mir eine Zweitwaffe nehmen. Au. Au. Alter, wie der übelst nicht... Oh, leck mich doch. Wie der übelst nicht die Leiter greift. Das ist natürlich jetzt hier ein Sockenschuss hier oben auf dem Dach. Oh, super. Oh mein Gott, und das werden nicht weniger. Super. Nimm die Axt. Leg oben die Affe weg. Äh, die Affe. Die Waffe weg und nimm die Axt. Das ist bei vier Zombies, ist das ein bisschen... Da kriegst du hin, Mann. Ich habe auch gerade hier drei gekillt. Oh. Fuck you. Vor allen Dingen, lass dich nicht so oft hitten von denen. Ja, das ist übelst leichter gesagt hier als... Down, 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 ja. Oh, jetzt sind unter mir Zombies. Muss ich warten, bis die hochklettern, damit ich dann runterklettern kann direkt vor denen. Ne, also ich habe es gestern geschafft vom Dach runter, da standen auch welche und ich bin direkt weggerannt, die sind mir nicht hinterhergerannt. Okay. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Und ich krieg die Tür nicht auf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. habe gebrochen so looks like a problem das ist echt schlecht riko das ist übelst ich hab nicht gewusst was da oben so 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 eine falle ist ist der hammer das echt schlecht das verheilt auch nicht einfach so wenn du liegen bleibst ne und vor allem nicht wenn gefühlte 1000 zombies noch auf mich einhaken dann lass dich ach du dann musst du dich töten lassen so da bin ich wieder zurück ich bin jetzt leider gestorben und ich bin beim damm wieder gespawnt alter ich komme hier nicht durch und ich brauche immer noch benzin und ich finde keins verdammt noch mal ich bin ja gerade schon mal durch die stadt gelaufen als das spiel dann abgekotet ja deshalb muss ich mal schauen das kann nicht sein dass ich nicht ein benzin kann das da finde so ich nehme jetzt mal so ein karglas ding einfach mit so hier ist nichts nein danke so da renne ich hier noch mal lang ich brauche so einen verdammten kanister das kann doch nicht diese selbst wenn du ein kanister hast ein spieler hat das alte sind zwei spieler der eine schießt auf den anderen und mich ich werde nicht bemerkt na dann hau ab wenn du ein kanister hast kannst du den ja immer wieder auffüllen hier und immer wieder den heli dann voll machen naja klar fällt mir gerade auf der typ der schießt auf zombies glaube ich und die toolbox nehme ich noch mit das ist die vor sich selber ein ich habe bloß eine makarov alter wenn ich natürlich wüsste wenn der jetzt blutet wie ein schwein weil der gerade ganz schön was abgekriegt dann könnte ich den mit der makarov ja den rest geben scheiße oh mein rico mach das bloß ordentlich da ich hab hier ständig action wo ist denn der hin jetzt wo ist der wo ist der wo ist der wo bist du ist da nicht lauf wo bist du also im ernst jetzt wo ist der keine ahnung scheiße ist der tot hm bist du tot sag mal der ist tot tatsache der ist tot ah ne der schreit noch ein bisschen dann kill ihn mit der ex jetzt ist er tot naja guck mal ob der zufälligerweise sprit im rucksack hat na was er hat ist zwei makarov magazin ne der wird gerade übelst angeknabbert von den zombies sind das ein bisschen tricky grad komm ich an den ran ich kann ihn auf jeden fall so gear oh ich kann seine ak nehmen mit dem magazin das gebe ich ihm bitteschön und äh ach ne die windscheiße brauchst du ja was für windscheiße ne windscheiße nicht hier windows windows xp d was wir brauchen ist immer noch benzin ja 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 guck mal am besten auf der karte müssen noch tankstellen sein ja genau kannst du dort bis zur tammdamm ne da ist eine tankstelle immer dahin ja ja da kannst du den benzin auffüllen aber mehr auch nicht ja vielleicht liegt ja da auch irgendwas rum ne saiga da ist doch so ein großes gebäude wenn du da reingehst vielleicht ist ja da was drin da liegt immer sehr viel da muss muss das ganze gebäude eigentlich durchgehen ah der ist da zwei schüsse zack zack im kopf war er weg hast du den abgeknallt oder was ja ja was soll ich machen bist du ja witz des killer war ich bin jetzt der pro gamer ganz einfach oh nein oh nein oh nein oh nein jetzt kriegt die katze hunger das bedeutet die läuft kreuze quer und würde mir am liebsten auf den kopf kacken und sagen gib mir jetzt mal was zu fressen du Spacken die katze bekommt hunger ja